Das ist nett, dass du die Frau wählen lässt. Ich würde den Glacier Lake nehmen, habe ich ein gutes Gefühl. Okay, da habe ich einen Gletscher. Gletscher. Willst du auch mal einen raus? Da vorne! Da vorne! Der kommt! Renn! Siehst du, oder? Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ab! 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 Oh mein Gott! Was ist das? Ah! Renn, Junge! Was ist das? Wo bist du? Renn, Renn, Renn! Boah! Alter! Ich gucke da hin. Oh mein Gott! Boah, da ging es jetzt aber richtig ab auf einmal. Wo ist der? Ich habe den noch ein paar mal erwischt. Ja, der blutet grün. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen, Mann. Wo ist der hin? Stell jetzt mal hier direkt eine Kamera hin. Der ist jetzt taggenau, wo wir den erwischt haben. Vielleicht kommt der hier nochmal zurück. Boah! Auf jeden Fall eine Weggabe. Ohne Trap würde ich eigentlich auch ganz gut hinpassen. Hier sind seine Spuren, Mann! Hier sind seine Blutspuren. Der blutet. Vielleicht können wir uns irgendwie... Scheiße, hier habe ich ihn getroffen. Die sind jetzt weg leider. Ah ja, guck mal hier. Hier liegt was. Tatsächlich. Kann man das untersuchen? Ich hätte mal so ein Tracking-Dings abschießen sollen nicht, Depp. Aber der muss ja irgendwo eine Blutspuren hinführen. Warte mal. Es endet hier, ne? Der ist einfach weg. Ja, da haben wir den überall getroffen. Ich glaube, das ist nur, wo wir den gehittet haben. Und du siehst jetzt auch, glaube ich, oben seine Lebensanzeige. Stimmt, ja. Kann das sein? Ich guck grad in den Wald. Läuft da ein Türsteher aus? Geil. Dann bin ich im Club. Das ist echt so, ey. Outside Rave. Doch. Jetzt bin ich ja auch schon drin. Ja, siehst du. Hier. Hallo. Guck mal in die Kamera 7, ob da was passiert. Dass unsere Kamera... Nicht ernsthaft jetzt, oder? Du bist jetzt... Ich dachte, Bigfoot ist drin, Alter. Ich dachte, Bigfoot ist schon drin, Alter. Sag doch mal, willst du bescheiden, Alter? Bist du wahnsinnig? Du bist so ein Wundbocker. Erst popst er mich und dann bringt er mich immer um. Weiß... Oh... Ich kann nicht... Ich kann nicht... Ich kann nicht... Du bist tot, Alter. Du musst alleine gegen Bigfoot kämpfen. Oh mein Gott. Weißt du, wie ich mich erschrocken hab, Alter? Boah, ich bin am Heulen, ey. Ich hab voll die Maus gezogen, Alter. Boah. Ey, wie willst du... Ich kann dich jetzt nur nach beobachten. Wie willst du das denn machen, Alter? Das ist doch so ein Scherz, oder? Ja, tatsächlich. Ich wollte mal testen, ob du überhaupt friendly fire kriegst. Ja. Was will der denn jetzt machen? Ja, gut. Aber der... Was ist denn jetzt los? Costa? Costa? Costa ist tot! Ähm... Wir müssen... Wir müssen da mal ganz schnell eingreifen, oder? Also, ganz ehrlich? Den können wir doch jetzt noch nicht abschreiben. Könntest du mal bitte das Auto drehen, damit wir ein bisschen Licht haben? Das wäre sehr nett. Hilfe! Hallo! Stopp, 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 stopp! Stopp, stopp, stopp! Vorsichtig! Vorsichtig! Was ist denn jetzt los? Bitte fahren Sie einmal weiter, ja? Okay, Sir. Habt ihr euch auch gewünscht? Sollen wir einmal weiter herfahren? Jo, ganz klar. Das ist lächerlich. Mal alles auf welcher Straßenseite passen. Ja, dürfen wir. Äh... Curry, ihr müsst noch ihm die Rechte vorlesen. Sonst könnt ihr im HQ, kann er gleich wieder freigelassen werden. Okay, lösen wir die Rechte vor. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay, lasst mich kurz bei euch. Hab das auch mal geschafft? Warte! Ihr habt das Recht zu schweigen. Alles, was ich sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Okay. Und dann kommt das mit dem Anwalt, ne? Genau. Sie haben das Recht für einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen leisten können, wir den der Stadt Tanoa einen zur Verfügung stellen. Okay, Herr Gigant. Sie haben das Recht zu schweigen. Nein, Gott, alles. Alles, was Sie sagen kann und wird gegen Sie verwendet werden. Hat's ihm geschweckt? Hat's ihm geschweckt? Du kannst dich gar nicht konzentrieren. Ach du Scheiße. Georgie, weißt du was das geilste ist? Meine Freundin haut zwei Meter weg und selbst die muss lachen wegen dem Gelabergrad. Ihr hört ja nicht, was der Polizeiauto sagt. Ja, aber sie hat gehört, was du im Teamspeak gesagt hast. Herr Korda, äh, Herr Gigant. Soll ich nochmal wiederholen? Soll ich nochmal wiederholen? Soll ich nochmal wiederholen? Also, Sie haben nochmal das Recht zu schweigen. Ah, alles kann man jetzt gegen Sie verwendet werden. Isaac, bitte? Wer weiß, dass wir in 10 Minuten eine Prüfung haben? Ja, ganz recht. Jetzt sind Sie mal bitte leise. Wir werden gleich mit Ihnen sprechen. Die Gerichtsverhandlung verschiebt sich immer um wenige Sekunden. Der Richter ist noch nicht bereit. Eine Sekunde. Der Richter, der hat nämlich gerade rausgefunden, dass seine Kopfhörer leer sind. Deswegen hört er gerade nichts. So. Hat er, hat er. Also, dem ist die Platz, meine Damen und Herren. Hallo, Gigant. Pst, jetzt. Das Gericht hat jetzt das Wort. Lieber Herr SF Gigant aus Buxtehude. Mein Name ist oberster Richter Kostakodalis. Heute im Schöpfengericht Heino Schmachtenberger und natürlich mein Kollege Ehrenwerter Spriker Hansen und natürlich auch noch Isaac Jakobs als Zeuge vorgeladen. genau wie Florian Ryder. Ich kann den Namen nicht sehen. Ryan. Sie stehen dringend Tatverdacht Terrorismus, illegaler Waffenbesitz, illegale Erschießung von Menschen und illegale Blödsinnreden. Deswegen verkürzen wir das natürlich ein bisschen ganz schnell. Für alle Strafmaßtätigkeiten nehmen wir Ihnen alles weg und Sie kriegen 30 Jahre lebenslänglich, oder? Echt? 30 Jahre lebenslänglich, parking oder riesig, 30 Jahre lebenslänglich, haben Sie da was zu sagen? 30 Jahre lebenslänglich, also 30 jahre plus lebenslänglich und zweimal todesstrafe obendrauf nein sie werden wenn sie tot sind werden wird noch mal auf ihn eingespritzt mit der gipspritze und dann sind sie noch mal tot man muss ja sicher gehen so haben sie jetzt zum schluss noch was zu sagen nur einmal plädoyer bitte da musst du für aufstehen man hat aber gerade illegales blödsinn labern meine sehr verehrten damen und hallo einmal das wiederum mit einer oberster richter das plädoyer wie folgt jetzt sagen was er getan hat oder was du hast auf vier minuten dann geht die welt unter mach schneller also ja ja wir müssen uns dann einbruchten los der angeklagte ist mehrfach in der gefangenschaft abgehauen bin ich bin doch schwagergeschäft hat mehrfach uns gedroht hat mehrfach auf uns geschossen sogar politisten getötet hat freunde auf die auf und auf und auf gehetzt hat illegale waffen bei sich gab und textuelle erregung öffentliches ärgernisses ist nackt in der stadtrunden gerannt in aufgehauen dank als ich würde okay eine danke nehmen sie platz deine illegale waffe befindet sich in der hose mein freundplatz gigant sind sie ruhe jetzt ruhe im saal okay ich setz mich hin mein freund wir sehen uns wieder in ruhe im saal ist er jetzt sagen wir ordnungsgeld noch eine todesstrafe dran so hier alle anwesenden wer ist dafür dass das strafmaß von 30 jahren gefängnis plus lebenslänglich vollzogen wird einmal bitte erheben oder handheben salutieren okay alle sind dafür somit steht das gefängnis für gigant jetzt vor der tür bitte einsperren weil sie rennt hier die ganze nacht die ganze nacht durch die stadt und hat nur so titel um sich und dann zeigt er den den leuten hier den bimmel weißt du das geht nicht ey jetzt warte wo ist er denn jetzt im gefängnis aber kommt diesmal ist er mehrmals abgehauen der scheiße gebaut also diesmal ist es nicht so recht brains wieder die brains alter junge ich bin 12 hp alter hat sich die beste ja gelohnt aller jungen der setzt sich doch gleich oben im cockpit rein alle hier steht ist montanien ecke leute zitriert da ihr genau jetzt weil er weg weil er weg nein so ne was seit bei ich habe ich noch ein paar regale ja mal ein patrick neil wo war der curry wo war der gang links links im gang links im gang links im gang ja genau wenn den weg da kommt da ist er doch durch die tür oder wo ist er denn ja nein ja nicht alle sehr geil sehr geil man das ist wieder einer das ist ein curry ganz ehrlich curry karte vor allem sagt so hä und der curry so aaaaaaah er spuckt erst mal seine logo da weg er holt sich die beste und hat noch 12 hp weißt das ist traurig dass die steuergeld auch nicht mehr reichen seitdem müssen wir zu meinem urteil absprechen nämlich folgendes wie vor so herr eben gigant sie werden aufgrund von sachbeschädigungen nötigungen teilweise auch sexueller nötigung wegen beleidigungen bedrohungen widerstand in die staatsgewalt schafft nicht zu folgen einer polizeilichen anweisung mit einer illegalen waffe und eines terroranschlags werden sie zu drei jahren haft verurteilt zudem müssen sie eine strafe von eine geldsumme in höhe von drei millionen euro zahlen an die beiden lern und diese zu entfrieden sind und ich dachte, er muss sie sagen endlich geschehen die rechtigkeit das einzige was ich wollte, ich wollte immer normal arbeiten gehen endlich geschehen die rechtigkeit das nennst du normal arbeiten, du Drecksack ich wollte immer bei denen arbeiten, die habe ich nie gelassen und dann konnte ich nur dazugreifen das nennst du so voll üben doch seit zehn jahren suche ich nach arbeit nur noch illegales hat mich über wasser gehalten also reden sie zu, dass sie noch mehr illegales getan haben aktivitäten mein gott, ja was soll ich da machen ja ich machs lieber jetzt bevor es später irgendwann passiert wenn ich wieder rauskomme aus dem gefängnis ich habe direkt neben dem markt einem kiosk im lagerraum in zwei paletten zwei paletten voll mit kokain die habe ich jetzt über die jahre da angestaut und verkaufe sie immer wieder in die was haben sie in der markt im kiosk im lagerraum schicken sie da unbedingt ne streifeln der geschäftsführer weiß der geschäftsführer weiß aber nicht davon lassen die ihn bitte in Ruhe er liegt auch nur sein Leben er hat Familie darum werden sich die Kollegen kümmern und aufgrund dessen was wir gerade erfahren haben so dass aus der richtigkeit entsprechen wird ihre Hauptstraße auch 15 Jahre vor das ist so schön dass der Staat nicht bleibt jetzt der Testfarty mit dem Ding machen ok dann gib mal Gas schau mal auf die Tube man oh der Sound ist schon geil in der Evo Ansicht guck mal oh nice ich guck so rüber die Clouds mal auf Gey warte mal sag mal fahren die Curry Yo Alter das nekkal aber nicht kaputt machen ja Keinerlei also kaum bin ich am steuern ist mal ungekreis ey wie geil war das denn jetzt kommt einfach so ein random raketenmeerfalt und haben einfach so ein Bild reingeflogen ey geil ohne Witz vor allem Smiley ist direkt da weißt du so Ponyguard Smiley ist einmal gerückt Smiley komm mal ach du hört mich gar nicht Ey, warte mal, ich muss Organisationen einstellen. Moment. Geil, ey. Doch, doch, der müsste dich eigentlich trotzdem hören. Smiley, Smiley, lass mal zum Ammonation fahren. Ach ja, ey. Darf man auch wussten. Ey, der war gut, ey. Das war echt cool jetzt, ey. Geil. Warte, ich mach mal Dauersend, man. Meinst du den BSS 1.0 oder was, korrekt? BSS 1.0, einer für mutterischen Ruslau. Boah. Kaffee Dojkowski. Was ist da ja grad gestorben? Kaffee Dojkowski, Alter. Dojkowski, Alter. Jo, Patrick, du bist auch dabei. Dabei, dabei, dabei. Warte, ich sag doch mal, das Ding ist schon eingefroren. Ey, warte, ich sag doch mal, was Philosophisches, komm. Alles klar. Ich weiß nicht, ich versuch's mal oben am Fenster, ob da jemand... Ey, so, Tobi, du hast du versuchst. Ja, mit dem Feld kann ich oben ans Fenster gehen. Ich kann ja wieder runterkommen. Ich will nur gucken, ob da jemand ist. Ich hasse dich. Aua. Tobi, bleib mal stehen, Tobi. Ich hab auch was, komm mal hier. Alter, was geht mit ihm? Deiner? Ja. Der Junge ist so echt behindert. Ich hab ja sogar den Kammel gelaufen. Was ist eigentlich mal diese Gessen-Curry? Alter, äh... Weißwurst. Weißwurst? Nee. Hab ich echt noch nicht vergessen. Kann man essen, muss sich aber jetzt nicht unbedingt haben. Nee, soll auch nicht so lecker sein. Hab ich oft gehört, ja. Schmeckt wie Hoden, ey. Ja, sowas machen wir. Ey, weißt du denn die Hoden schmecken? Wow! Heino! 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 Heino, was ist los? Verlassen Sie mal umgehen in den Raum. Ralf, Ralf, schmeiß mal kurz raus hier. Gehen Sie raus! Scheiße, Mann, Heino! Was ist los? Ralf, du musst die Spritze aus dem Vorderraum holen. Schnell! Er braucht sie! Nein! Schnell, Ralf, schnell! Oh mein Gott! Ralf, wir sind da! Heino, wir sind dabei, Mann, wir helfen dir! Oh nein, er hat die Krankheit! Raus, Raus! Rein, rein damit! Oh! 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 Was ist passiert? Heino! Was ist passiert? Geht's dir besser? Soll er das... Warten Sie bitte, ja? Oh mein Gott, mir ist... Mir ist so schwindelig. Oh mein Gott, Heino! Was war denn los? Ich hab dir eine Wasserflasche mitgebracht. Oh, danke, danke! Oh! Oh! Ja, ich bin sauberer. Haben Sie Verletzungen? Ja, ich habe sehr viele Verletzungen. Und das benutze ich als Beweismittel! Ich hab soeben die Polizei kommuniziert. Nicht laufen! Wie bitte? Ich hab den Hubschrauber. Die ballert sich da raus, ey! Die ballert sich da raus, denn es ist noch kein Zeug! Jajajajajajajaja! Ah! Ach! Ich wollte doch gerade aufsteigen! Das hab ich gesehen! Das hab ich gesehen! Ich wollte doch gerade alle aufsteigen! Was war das denn? Was passiert denn jetzt? Hey, warten Sie! Warten Sie! Bitte! hey lassen sie mal das zeug liegen bitte hallo was ist das denn alter wenn sie das zeug mal bitte liegen lassen also sonst sehe ich mich gezwungen der polizei bescheid zu sagen ich bin bereit meine fresse zu halten wenn jetzt hier nichts geklaut wird aber bitte lassen sie das zeug liegen das haben wir wochen lang bearbeitet wissen sie damals bei uns auf der weide haben wir alles mal versucht das bestmöglichste zu machen wir haben einmal im jahr kill wie festgemacht und dann gab es da immer ganz viele familien die vorbeigekommen sind und werden immer ein spiel das hieß hühnerkack lotto ja da haben wir neun punkte auf der karte markiert innerhalb eines kleinen areals und dann mussten man wetter abschließen wo die hühner denn hin packen ja und ich habe meistens gewonnen war das so schön die können aber bei uns warum hast du denn immer gewonnen costa weil die hühner manipuliert waren wie denn manipuliert die hatten ich habe in einen chip eingebaut und immer wenn ich wenn die genau über die nummer waren habe ich auch drauf gedrückt und haben gemacht und dann haben wir da vor lauter schreck immer hingebrüttelt aber oma erner hat dann auch mal sagt okay ich dachte mir mal ein huhn ich war natürlich absolut dagegen weil alle hühner waren meine freunde ich habe auch immer sehr oft ihre eier gestreichelt und dann war das so dass dann auch von den hühnern ja dann war das auf einmal so dass oma erner so nun gestern aber da war noch ein elektroschip drin und das problem war die hatte ein herzsensor und ich bin dann ausgesehen auf den klopf gekommen und oma erner ist dann ja hatte dann ihre tage hinter sich ja aber mit 32 hat man auch viel erlebt ich lasse hier raus ja bei uns ja finde ich schön dass sie meine geschichte interessieren ja tut mir leid bin ich bist du älter alifat hallo einmal doch schon einmal dort schon mal platz bitte man sollte mal auf hallo mal dort von nach platz bitte hallo taxi dankeschön 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 für den taxi leger tag sind dann taxi unternehmen auch einfach so oder was jetzt mal so spontan ja vielen dank mit schön tag noch das war das tiefgründigste gespräch weil sie jemals geführt hat ja ich müsste einmal eine info haben wo kann ich denn meinen fisch verkaufen dein fisch ja am fischmarkt oder du willst illegal machen am illegalen fischmarkt so gut dann fahre ich mal dritt zum illegalen fischmarkt hau rein zu der polizei was denn ich möchte sie mal was fehlt denn prüfen nach illegalen gegenständen auch nein nein du hast die knarre kevin mal bitte deinen rucksack auf dem buch leg du da ein meter bis zwei davon weg oh nein habt ihr endlich schon mal gefragt euch ob es ufos gibt ja klar aliens es gibt auf jeden fall andere lehnen hundertprozent waren tausend das thema jetzt echt aufmachen oder es schon mal gucken wie du reagierst du sollst ja einfach nur ja oder nein sein und du meinst ja es gibt höhere identitäten aber den feuer operator bitte dann kann verantworten ich stehe mir vor immer wenn ich den brotstag fährt ihm so ein weißer ich bin nicht da was hast du gemacht mit einem gelben finger die andere taste dann muss sie an ufos denken wegen denn es meine oh mein gott er wieder höhere identitäten gesehen der magge halter der braucht urlaub im kopf ohne witz du bist aber ein süßer gern mann ich bin nicht aufgeht Vielen Dank.